So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück, denn ich habe noch eine kleine Information. Das Lamarama-Event läuft ja gerade. Ich war jetzt gerade, wie lange war ich jetzt drin? Circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde drüben in Rocket League. Hab da die Mission abgeschlossen, hab halt einmal eins gegen eins gespielt und lass mich lügen. Zwei, drei Runden, ganz normaler 3 gegen 3 Modus. Hab meine Gegenstände noch nicht erhalten. Ich habe aber schon oben links stand schon, deine gekauften Gegenstände sind noch da. Also wir gehen jetzt mal zusammen rein und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was wir bekommen. Was ich auf jeden Fall nicht bekomme, ist das Rückenaccessoire. Ja, das wusste ich. Weil das Rückenaccessoire habe ich deshalb nicht bekommen, weil dafür muss man Stufe 10 sein, um in diesen extra Modus reinzukommen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock. Weil das Rückenaccessoire gefällt mir halt wirklich von allen fünf Sachen am wenigsten. Also wenn ihr das Rückenaccessoire haben wollt, müsst ihr halt wie gesagt Stufe 10 sein, damit ihr diese extra Modus nehmen könnt, die halt auch gerankt werden. So, wir gehen mal kurz hier durch. Einmal die Tarnung, einmal das Spray, dann einmal die Musik. Bisschen leise. Da fängt irgendwie nur leise an. Also wird langsam lauter. Also ist okay, ist chillig. Nicht irgendwie so aggressiv, sondern ganz normal. Und natürlich noch den Ladebildschirm. Mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Tarnungen und die Musik halt. Das waren so die zwei Teile, die ich auf jeden Fall haben wollte. So, dann seht ihr auch, dass ich sie gerade erhalten habe. Ihr seht, Level 55 bin ich jetzt als nächstes. Ja, vom Level her sieht es ganz gut aus. Ich habe zwar gerade ziemlich wenig Aufgaben, aber man weiß ja ungefähr noch, was so zu machen ist. Und da würde ich sagen, euch auf jeden Fall spielt viel, viel, viel Spaß bei Rocket League. Guckt einfach mal rein. Wie gesagt, ihr bekommt halt nur das Rückenaccessoire, wenn ihr auf Stufe 10 seid. Aber der ein oder andere hat da bestimmt Bock drauf. Aber ich sage heute schon direkt. Das Problem ist halt einfach, warte mal, ich kann euch mal kurz zeigen. Wir haben doch schon ein Rückenaccessoire, was ich selber habe, was rund ist. Ich mag halt einfach diese runden Accessoires nicht. Hier zum Beispiel. So ähnlich ist es ja auch. Und dann hier das. Ich mag es einfach nicht. Wenn da hinten, das sieht aus wie aufgeklebt. Ganz seltsam. Aber wie gesagt, wem das Rückenaccessoire gefällt, muss halt bis Stufe 10 und dann diesen extra Modus spielen. Und in dem Sinne euch schon einen schönen Tag. Like nicht vergessen. Dann. Ah, stopp, stopp, stopp. Wegen Creator Code. Erstmal danke jetzt an 39 Leute, die diesen eingetragen haben. Grüße gehen wirklich an jeden einzelnen raus. Und danke, dass ihr immer so schön den Kanal supportet. Und in dem Sinne jetzt aber euch schon einen schönen Tag. Und halt rein.